So, ja, da bin ich wieder und ich spiele heute Red Matter durch. Ihr schaut vor Airballs und ich bin's, euer Toxic. Ja, ich habe schon durchgespielt, nur leider ist die letzte Aufnahme völlig in die Buchse gegangen. Ja, hier sind wir jetzt mal stehen geblieben. Das lag daran. Ja, erzähl du erst mal. Boah, ich jetzt hier weiter erzähl. So, jetzt holen wir erst mal wieder die Dinger da raus. Ja, ich hatte, wie gesagt, ihr könnt ja hier lesen, was da steht, ne? Ich hatte, wie gesagt, weitergespielt und ja, diese Batterieanzeige für die Controller, da sind ja mittlerweile diese drei Punkte und was ich schon gesagt habe, völlig dämlich finde, ehrlich gesagt. Und ja, ich bin dann in das Spiel rein. Ich hatte noch zwei Punkte von den dreien, waren noch grün und habe dann gespielt und nach zehn Minuten meinte das Spiel auf einmal, hey, Controller, Batterie ist fast leer. Fünf Minuten später waren sie dann leer. Ich bin dann schnell los und habe neue Batterien geholt. Und ja, habe dann weitergespielt und habe die Aufnahme aber leider unterbrochen. Und das habe ich nicht mitbekommen. Also, wie gesagt, diese Batterieanzeige, die ist für ein Popo, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, also wenn da nur noch zwei Striche sind, können die jederzeit zur Neige gehen. So, nur zur Info. Ja, okay. So, ich habe jetzt immer Batterien jetzt in der Nähe hier liegen. Da kann ich mal zur Not schnell tauschen. Aus Fehlern lernt man, ne? Ich hoffe, das wird aber irgendwann mal abgedatet. So, jetzt aber weiter mit dem Spiel. Das wird auf jeden Fall die letzte Runde, kann ich euch jetzt schon sagen. Und jetzt nach hinten raus werden die Rätsel auch ein bisschen weniger und wieder leichter. Da baut das Spiel ein bisschen ab, finde ich. So, hier habt ihr so einen Kosmonauten. Optik, wie gesagt, brauche ich nichts mehr zu sagen. Das Ding ist einfach der Kracher. So, da liegt wieder so ein... Hier, wie ist das hier, diese Data Settimet, so eine Schachfigur. Und jetzt kommt wieder so eine unheimliche Geschichte. Uff, jetzt bin ich in so einem Raum. Und hinter mir ist auch nichts. Also, jetzt kann ich auch wieder nur abwarten, bis es weitergeht. Es passiert auch nichts, ne? Das ist das Einzige, was so ein bisschen unheimlich ist bei dem Titel. Komm, mach fertig. So. Ja, ich brauche eigentlich jetzt hier für dieses Rätsel, um die Tür aufzubekommen, eigentlich nur diese Data Settel hier. Oder in diesem Key. So. Und dann kann ich ihn auch schon wegschmeißen. So, was mir hier cool gefällt, ist diese Heizung. Das sieht echt cool aus. Vielleicht kann ich die auch anfassen. Ne, ich kann die Rohre nicht anfassen. Aber das sieht irgendwie cool aus. Außer ein Schatten da oben. Also, wie gesagt, optisch macht ihr bei dem Ding echt nichts falsch. Und es ist morgen alle am Glock. Ja, was auch sonst. Gut. Dann habe ich letztes Mal, wo ich das hier durchgespielt habe, so cool das Schachbrett hier durch die Gegend geschmissen. Ich weiß nicht, ob das nochmal geht. Ich probiere das einfach mal. So, ich gehe einfach mal jetzt einen Schritt nach vorne. Ah. So. Das war aber am ersten Mal, fand ich irgendwie ein bisschen cool. Aber das ist vielleicht lustig, ne? Okay. So, ja, das war es dann schon wieder in diesem Raum. Hier gibt es sonst nichts zu tun. Man kann natürlich noch die Bilder und so scannen. Aber ich habe das ja im ganzen Spiel nicht alles durchgescannt. Das könnt ihr natürlich dann tun, wenn ihr das mal selber spielt. So. Jetzt habe ich ja die Keycard gescannt. Und jetzt geht es dann hier rein. Mach ich nicht den Text. Das Gelbe muss ich. So, jetzt geht die Tür gleich auf. Opening Security Log. Zack. So. Ja, und hier ist dann meine Batterie. Ist dann irgendwann da versagt. So. Ähm. Jetzt weiß ich natürlich direkt wieder, wie es geht. Weil ich habe es ja erst vorgestern gespielt. Davor musste ich dann nochmal ein bisschen nachdenken. Weil es wieder ein bisschen her war. So, Quantum Lab. Da ist noch ein Foto. Da ist wieder ein Newspaper. Keine Ahnung. Egal. Da ist wieder ein Bildschirm mit diesen Schachfiguren. Jetzt mit den Schachfiguren habe ich mich nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt müssen wir die ganze Kiste erstmal anschmeißen. Und hier ist nochmal so ein kleines Minispiel, sag ich mal. Das finde ich auch relativ cool. Dafür brauche ich jetzt wieder hier meine, äh, meinen Griff. So, das kann man aufmachen. Das fühlt sich wieder richtig cool an. Sieht auch gut aus. So, das Ding muss ich jetzt da reintun. Zack. Und wieder zumachen. Zack. Und einmal auf den Knopf drücken. So, das muss ich gleich da reintun. Und, ähm, ich lese euch das einmal vor, weil da steht jetzt Unstable Material. Das muss man jetzt ganz langsam, ähm, bewegen. Werdet ihr gleich sehen. Und es gehen diese weißen. Jetzt passiert gar nichts. Und wenn ich jetzt ein bisschen ruckeliger mache. So, jetzt fängt es an zu piepen und auch mein Touch-Controller vibriert. Und dann gehen diese weißen Lämpchen langsam runter. So wie jetzt. Ein Lämpchen reicht. Also wenn ein Lämpchen noch an ist, dann ist alles gut. Dann könnt ihr das da reinstellen. So, das Ganze nochmal. Komm. Hallo. So. Zumachen das Ding. Knopf gedrückt. Kann man das auch mitten drin aufmachen? Kann man nicht. Zack. So, ich mache das jetzt mal ein bisschen ruckeliger. Seht ihr, jetzt gehen die Lämpchen aus. Und gehen dann aber auch wieder hoch, wenn ihr dann wieder schön lang dran seid. So. So. Wurde ein bisschen ungeduldig, aber hat gepasst. So. Das ist jetzt, äh, fertig. Jetzt habe ich die aufgeladen. Und jetzt muss ich nur noch diese Schalter hier aktivieren. Einmal. Zweimal. So. Zack. Zack. So, er speichert wieder das Spiel. Ja, ich bin ganz froh, ähm, weil ich da durchgespielt habe, dass ich hier ein Chapter Select habe. Natürlich ist alles normal spielen müssen bis zu der Stelle. Und das hat mich dann auch ein bisschen angenervt, ehrlich Leute. So. So, jetzt muss ich gucken. Ich werde es mich gleich wahrscheinlich wieder einmal verhauen. So, ich muss jetzt diese Strahlen da aktivieren und ausrichten. So, ähm, erstmal müssen wir jetzt diesen Strahl da oben ausrichten. So, damit kann ich dann rechts, links. Das geht ziemlich langsam. Also man muss ja da ein bisschen Geduld haben. Viel Geduld habe ich hier leider nicht mehr, weil ich schon so oft gespielt habe. So, aber das unterscheidet dann auch, ob man so ein Spiel schon kennt oder ob man das selber gerade neu erfährt, ne. Also dann merkt man doch schon so ein bisschen, dass ich da ein bisschen anders spiele. So, jetzt sind die Strahlen an und jetzt kann ich an diese zwei Apparate da und jetzt muss ich nochmal schauen, da ist der Strahl, der reingeht und da ist der Strahl, der rausgeht. Also, der, ne, da habe ich mir nichts mehr schon vertan. Da kommt ein Strahl raus und da kommt ein Strahl rein, ne. Also wir müssen das Zeichen links machen, hier auf diese Knöpfe, was da oben ist, dieses Rote und dieses Türkise und Blau und Gelb muss dann hier, also Blau ist schon richtig, jetzt muss hier Gelb, muss man natürlich so lange drehen, bis hier Gelb erscheint. So, kommt nicht, Gelb ist da, ist Gelb. Also das Zeichen jetzt da, weil das ist so ein ausgehender Strahl. Ich meine, rum war das, werden wir sehen, wenn es nicht klappt, war es andersrum. Ich glaube, mich jetzt immer da auch schon wieder verteilen soll. Da oben müssen wir jetzt Türkis haben, da haben wir schon, ne. Rot und Türkis, seht ihr da, und da haben wir das Blaue und das Gelbe wieder und dann kommt dieser Strahl, also das ist der reingehende Strahl, das ist der ausgehende Strahl. Nein, umgedreht, ne, doch. Nein, das ist der ausgehende, ist egal, Leute, es funktioniert. So. Ähm. Ja. So, ähm. Dann muss ich jetzt nochmal wieder schauen, eingehend ausgehen, jetzt haben wir das dann selber nochmal, ne. Also, ähm. Ich weiß es nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache jetzt mal da den Grün, da den Blauen. Und dann machen wir da den Roten. Und unten den, weiß das, Grün, ne. So. Grün haben wir nicht. Dann müssen wir das nochmal so machen, dass wir da Grün bekommen. So. Und da müssen wir Blau hinbekommen. Bekomme ich nicht. Warum nicht? So. Wird bestimmt falsch rum, ne. Kommt schon mit Gelb. Das geht. Ach, Grün, warum, ne. Das kriege ich nicht hin heute mit den Grün hier, ne. So. Jetzt haben wir Grün. Gucken, ob wir jetzt Blau hinbekommen. Jo. Und das war richtig. Also der, der, äh, hier ankommt zu mir, von da hinten, das ist dann dieses Zeichen. Und der, der rausgeschossen wird, ist das Zeichen. Gut. So. Jetzt gehen wir nach da. Zack. Da haben wir das Zeichen. Und da sind auch Zeichen. Da links. Und, äh, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Mit diesem, ich gehe mal hier vorne hin, so ein bisschen näher. Gut. Ähm, dann stehe ich überhaupt noch richtig. Ich glaube, ich stehe ein bisschen schief, ne. So, Leute. Sorry. Ähm, hallo. Ah. Ich muss mal einmal neu zentrieren. Ich habe ein bisschen schief gestanden vor der Kamera. So. Ja, gut. Ähm, weiter geht's. Ähm, der Strahl, der, ich habe es vergessen. Ich mache jetzt einfach hier den Lila, äh, den Lila, ob das passt, weiß ich nicht. Das sehen wir dann. So. Da war doch schon Lila, ne. So. Und den gelben. So. Und da haben wir rot und blau. Also rot und blau. Aber das passt jetzt nicht. Also muss das umgedreht. Der blaue muss da. Und der Lila muss hier mit dem Strich nach oben. So. Da dann der blaue. Und hier der gelbe. Und da der rote jetzt geht's. So. Ich gucke jetzt gar nicht mit rein und raus. Ich habe es nicht wieder vergessen. Das ist, weiß ich nicht. Das Ganze jetzt noch mal. Hallo. So. 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 Und da haben wir dann jetzt auch den Lila nennen und den Türkisen. so. Und einmal den grünen und Lila. da. So. Grün und Lila. Das war falsch rum. Also den grünen müssen wir dann da machen. grün und Lila nennen und Lila nennen und Lila nennen und da den Türkisen. muss gehen. Jetzt geht's. So. Und jetzt können wir unten hier diese komische Kanone, diese Laser Kanone zack benutzen. und da müssen wir jetzt auf den Strahler um. Und da hier ist mein Controller letztens abgeschmiert. Mein erster. Ja. Und dann habe ich dann kurz losgelaufen, neue Batterien geholt und wenn ich dann aus der Guardian Zone raus renne, dann ist die Aufnahme vorbei. Ganz toll. Das habe ich nicht, da bin ich nicht aufgepasst. So. Das reicht schon. Jetzt geht da hinten diese Kammer an. Und ich muss da rein. Da liegen die Dokumente. Wir schauen mal einmal. So. Da. Da muss ich dran. So. Jetzt gehen wir da rein. Zack. So. Bin ich in so einer, nun ist das hier so ein Beamchamber oder so? Zack. So. Und ich muss das natürlich wieder verdrehen. Zack. Ach ja. So. Ja, da sitzt ein Unbekannter. Hallo. So. Und jetzt kann ich da auch wieder, ach ne, jetzt muss ich nur in den Knopf rücken, ne? Genau. So. Und jetzt kommt gleich auch der Astronaut. So. Und jetzt kommt gleich auch der Astronaut. Den sehe ich gleich nächstes Mal. Indem ich das jetzt scanne. So. Jetzt habe ich die Dokumente. Und da kommt wieder der Astronaut. Das ist eigentlich so ein bisschen was unheimliches. Diese Sounds, da kommt diese Musik und dann kommt der Astronaut. So. Da ist er. So. Und ich hatte auch bei meinem letzten Let's Play hier, habe ich dann probiert da durchzulaufen. Und das geht nicht. Also das kann ich euch einmal zeigen. Ich gehe mal ein Stück nach vorne, ne? So weit geht das noch. Und jetzt wird es schwarz. Jetzt laufe ich aus dem Spiel raus. Also man kann da nicht hinlaufen. Also das Spiel nicht türken. So. So. Sonst ist hier leider nichts. Außer hier wieder. Zack. Und das muss ich jetzt da hin. Hallo. Ah. Jetzt mach ich wieder. Ach Leute. So. Das müssen wir auch schön da dran machen. Uns geht es ja nicht. So. Und jetzt können wir wieder durch so eine Höhle laufen. Uff. So. Jetzt geht es. This way. Huck. Ja. Also die ist so wie die vorige Höhle. Und. Finde ich irgendwie cool. Die ist auch nochmal so ein Holzastronaut oder Kosmonaut, ne? Uff. So. Zack. Ja jetzt wird es echt ein bisschen surreal mittlerweile. Ich weiß gar nicht ob man da dran kommt. Ne. Da sind die Gegenstände so auf dem Kopf und so. Ich weiß gar nicht wo es jetzt weiter geht. Wo ging das denn jetzt weiter? Ach da. So. So. Und. Ja da geht es jetzt raus. Und da bin ich ja her gekommen. Wieso geht das nicht so? So. Wenn ich mich jetzt umdrehe dann seht ihr da kommt jetzt so eine rote Masse gleich auf mich zu. Da seht ihr das. Und ich muss jetzt wieder ganz schnell in den Aufzug. Ja. Ich kann mich ja mal umdrehen. Hallo. Ich weiß auch gar nicht bis wohin die Masse kommt. Also ich hab mir gedacht ähm. Ob man sterben kann weiß ich nicht. Weil bis jetzt bin ich bei dem Spiel noch nie gestorben. Ich weiß nicht ob das vielleicht stimmt. Wir können ja mal gucken. Ich stell mich schon mal hier neben. Mach schon mal mein. Ding hier zum ähm. Ne. Open your mind. Out of range. Das kommt mir mal näher. Gut. Wir machen das jetzt einfach. Ich hab keine Lust hier auf den Neustart. So. Jetzt geht es zu. Habe ich dramatisch gemacht ne. Schön knapp. Das geht ja mal langsam. Man seht ihr. Ich glaube das ist stehen geblieben ne. Ja das wäre ich glaube stehen geblieben. So. Ja äh. Den Aufzug finde ich nach wie vor absolut hammerknaller. Mit der äh. Beleuchtung. Mit der Scheibe. Mit dem Spiegelung. Das finde ich echt super. Ne. Das ist das einzige was ein bisschen billig in dem Spiel. Ne. Dieses Gebäude von oben ne. Hab ich aber glaube ich schon mal im anderen Netzplay gesagt. Oder hier diese äh äh. Komischen Pflanzen da. Oder Blumen oder was immer das ist. Ne. Das fand ich jetzt nicht so. Das sticht so ein bisschen raus. Weil das nicht so schön aussieht. Aber der Aufzug selber hier und so. Das ist einfach. Das ist einfach nur genial. Also ich will ganz spätestens mit dem Sale. Äh ähm. Müsst ihr euch das Ding echt holen. Also es muss jeder Questbesitzer haben das Spiel. So. Er fährt und fährt und fährt und fährt. So. Ja es ist auch nicht mehr viel bis zum Ende jetzt. So. Jetzt müssen wir das mit einer Antenne ausrichten. Er speichert das Spiel wieder. So. Ja da ist diese Kommandozentrale. Genau. Und hier muss ich jetzt ähm. Meine ähm. Antenne wie gesagt ausrichten. Ich zeige euch die einmal. Und dann machen wir das Ganze weiter. So. Da ist diese Antenne da draußen. Ja. Diese riesige Dinge ne. Das muss ich jetzt ausrichten. Und das geht dann hier. Aber das geht noch nicht. Weil das ist ja kein Stromloch. Das muss ich jetzt erstmal wieder machen. So. Ich nehme mal eben die Karten wieder mit hier. Welcome to. Ja. Zack. Access to this room ist wahrscheinlich um die Olga. Ich bin aber nicht die Olga. Know what you have to tell the antenna. Ja genau. Da ist was mit den. Dass ich die Antenne ausrichten soll. Und. Zack. Das war's. So. Jetzt muss ich hier dieses Ding hier ähm. Richtig ausrichten. Da ist noch so eine äh. Ach ja. Da sind die äh 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 äh. Sagt man schnell. Die Daten drauf für die Antenne glaube ich. So. Und irgendwo liegt hier auch nochmal so eine äh äh äh. Schachfigur Data Drive rum. Aber egal. So. Und da habe ich dann hier angefangen. So. Das Ding kann ich jetzt verdrehen. Da brauche ich wieder beide Hände. Ja. Und jetzt muss man praktisch das große hier. Das hier. Das muss in das Loch. In vorne. In diesem Ring. Und so. Das ist schon richtig. So. Bevor ihr jetzt großartig weiterguckt wie das muss. Äh. Hier vorne ist so eine kleine gestrichelte Linie. An die müsst ihr euch halten. An die dicken gar nicht. Dann kriegt ihr das nie so wirklich gelöst. Werdet ihr gleich sehen. So. Da kommt wieder diese gestrichelte Linie. Da links. Kann man das vielleicht im Video sehen. Ich hoffe das sieht man. So. Und jetzt habe ich das ungefähr. Jetzt passt das ungefähr. Weil diese drei dicken. Die gehen ins. Die gehen nirgendwo hin. Aber das ist richtig. Ähm. So. Und jetzt nochmal die große. Da müsst ihr eigentlich jetzt nur noch drehen. Bis das ganze. Die Bilder da ein bisschen aufleuchtet. So. Außer bei jedem. Run. Und bei jedem. Ähm. In jedem neuen Gameplay wird das hier neu gemodet. Aber das glaube ich nicht. Also das wird glaube ich immer dieselbe Lösung sein. Bei diesem Rezo. So. Jetzt kommt die kleine gestrichelte Linie da oben. Da oben rechts seht ihr das. Und jetzt wird das gleich hier aufleuchten. Zack. Ja. Ja. So. Und jetzt. Kann ich mit dem Data Drive. Was ich gerade hatte. Muss ich das jetzt irgendwie aktivieren. Und dann konnte ich sofort schon loslegen. Es ist ja noch aus. Genau. Der Strom ist noch aus. Das muss ich glaube ich jetzt da einscannen. Oder wie war das? Ich weiß das nicht mehr. Oder musste ich einfach nur den Knopf drücken. Äh. Da genau. So. Und jetzt muss ich das drehen. Und. Das wird irgendwann grün. Meine ich. Und dann ist das auch schon in Ordnung. Also in dem Sinne auch kein Rätsel. Einfach nur den Knopf hier festhalten. In jedem Fall verändert sich das irgendwie auf dem Radarbild hier. Komm. So. 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 Oder auch nicht ne. Das ist dann jedes Mal anders. Weil das war beim letzten. Äh. Place-Fool, den ich hier gemacht habe. War das. Ähm. An einer anderen Stelle. Oder muss ich erst hoch? Äh. Muss ich doch erst hoch ne. Ich guck mal. So. Aha. Der ist jetzt richtig. Und der jetzt auch. So. Jetzt passt das. So. Das war beim. Das war beim letzten Mal gespielt habe. Anders. So, jetzt muss ich die Wellen hier so hinkriegen, dass die gleich sind. Das heißt, ich mache das jetzt erstmal natürlich erstmal höher. Dann gucken wir, dass das ungefähr gleich wird. Jetzt müssen die noch ein bisschen weiter auseinander. Ich glaube noch einen. Und noch einen. Jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, dass es passt. Noch nicht ganz. Also das muss auf jeden Fall so. Hallo? So, habe ich. So, jetzt muss ich das, was ich gerade eingescannt habe, dieses Data Face dann hier. Und jetzt kommt da gleich wieder so ein Astronaut, nicht erschrecken. So, da ist er. So, jetzt kann ich mich auch nicht bebilden. Ja, ich bin doch da. So, jetzt können wir uns den zum ersten Mal richtig angucken. Der tut mir auch nichts. Er will mir nur so eine Schachfigur geben. Sobald ich die Schachfigur natürlich jetzt nehme, ist er dann weg. Wir schauen uns den einmal an. So, das ist der von hinten. Also ich kann da durchfassen, da passiert auch nichts. Und der ist schon, der sieht echt richtig gut aus. Der auch hier, ne, sieht aus wie so ein Loch da drin. Also sieht echt cool aus. Auch hier sind wieder so Spiegelungen und so. So Details hier überall. Also echt cool gemacht. Da geht mir man dann den Leuten weg. Und mein Tracking hat ausgesetzt. Ich habe darauf gewartet, Leute. So. Und jetzt setzen wir das da rein. Dann sind wir auch fast durch. Es kommt nicht mehr viel. Also rätseltechnisch kommt da jetzt gar nichts mehr. Komm. So. Komm. Jetzt geht's noch. Jetzt geht's noch abwärts. Das ist jetzt. Wow. Jetzt habe ich den schlabbrigen Knie. Was ist los? Da hin und da hin. Aber sieht schon cool aus. Also hat schon, hat was. So, wie gesagt, mit diesen Schachfiguren, das habe ich echt nicht verstanden, was das so ist. So, jetzt gehen wir wieder auf den Planeten. Da oben ist auch wieder so ein Astronaut. Da ist die Radarantenne. So. Und jetzt können wir einmal hier runter gucken. Das sieht jetzt nicht mehr so toll aus. Das fand ich am Anfang vom Spiel echt cooler. Was geil ist, ist dieser Planeten. Das sieht richtig cool aus. Aber hier unten, das, das gibt es nichts, als wenn es richtig tief abgeht. Okay. So, und jetzt muss ich einfach nur nach da oben. Zack. So. Ja, ja, ja. Jetzt muss ich da oben hoch. Doch. So. Den kann man auch ein bisschen schlechter kennen, den Astronauten. Aber sonst ist alles gut. Zack. Zack. Kannst du mir sagen, was zur Hölle passiert ist? Der Subjekt ist recheckt in der Simulation. Wir verlieren ihn. Genau hier. So. Ich komme nicht so weit, nur um zu verlieren, was da drin ist. Zack. Zack. Das sieht wieder ein bisschen höher. Aber das sieht echt nicht schön, das muss ich sagen. Also das ist so eine Stelle im Spiel. Entschuldigung. Ja, jetzt gehen wir da rein. Und da ist das auch schon. Also ich bin jetzt gleich durch. Handshake in 3, 2, 1. Epsilon. 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 Jetzt muss ich das hier bewegen. Das hat auch nichts mehr mit Rätseln zu tun. Also. Das gibt das Spiel jetzt praktisch auch mal vor. Also ich habe jetzt hier keinen Einfluss. Wie schnell. Epsilon. Ich versuche dich nicht zu gehen. Geh zurück zur Basis. So. Also wie gesagt, das mit den Schachfiguren habe ich wirklich nicht verstanden. Jetzt sollte ich mir mein eigenes Let's Play mal jetzt angucken. 4 Videos. Das versteht dann ein bisschen die Story. Nein Epsilon. Mach es nicht. Mach es nicht mehr weiter. Ach doch. So. Wake up Sascha, wake up. Es kann nicht sein. Nurse, terminate die Simulation. Mach mich jetzt offline. Jetzt. Nurse. Ja. Jetzt gehen wir nochmal um die Richtung des Königs zu. Komm, komm. Sascha. Hörst du mich? Schau. Wir können einen Deal. Stopp. Nein. Bitte. Ja. So. Und das war's. Da sind wir durch. So. Da kann ich nicht hingehen. Da oben ist auch so eine Schattenfigur. Ich weiß nicht, dass Sascha ist. Das Ganze war irgendwie eine Simulation. So ganz verstanden habe ich es hier gesagt nicht. Ähm. Oder ich bin der Typ da drin. Ich weiß es echt nicht. Once you've assimilated what has happened. Press the button to your left. I'll be waiting on the other side. So. Ja. Hallo. Ich kann da nicht drauf. Slava Comrade. So. Jetzt geht's. Toxic. Auch nicht schlecht, ne? Die wussten, dass ich komme. So. Ja. Da ist die Credits. Und das war's. So. Ich geh jetzt raus. So. Dann hoffe ich, dass jetzt die ganze Aufnahme funktioniert hat. Dass alles noch läuft. Und dass ich jetzt nicht noch ein drittes Mal spielen muss. Nicht, dass das Spiel schlecht ist. Nur irgendwann, dann kann man es auch nicht mehr sehen. Gut. Damit habe ich dann Red Matter durch auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr hättet ein bisschen Spaß. Also das Ding kann ich euch gnadenlos empfehlen. Es ist teuer. Ich weiß. Es hat nicht wirklich Wiederspielwert. Ähm. Aber wenn man das Ding echt nicht kennt, muss die Rätsel selber lösen. Und so. Die Atmosphäre ist knaller. Die Optik ist knaller. Ist echt ein cooles Ding. Und ähm. Ich hab's mittlerweile zweimal gekauft. Einmal auf der Playstation. Einmal auf der Quest. Ich hab's nicht bereut. Mir hat's auch beim zweiten Mal nochmal Spaß gemacht. Das durchzuspielen. Auch wenn's dann natürlich ein bisschen kürzer ist. Weil ich die ganzen Rätsel schon kannte. Aber es ist echt. Es ist ein Vorzeigetitel. Gut. Dann lasst mir ein Däumchen da. Würde mich freuen. Und ähm. Ja. Wünsche euch viel Spaß mit meiner Red Matter Reihe auf meinem Kanal. Ähm. Wer's noch nicht gesehen hat, kann irgendwie von vorne anfangen. Und ich glaub das sind vier Videos im Ganzen geworden. Wünsche ich euch dann viel Spaß. Und ja. Dann bis die Tage. Hast mir ein Däumchen da wie gesagt. Ein Abo. Würde mich auch freuen. Discord habe ich auch noch. Äh. Dann werden's auch langsam mehr. Kommt dazu. Würde mich freuen. und dann sehen wir uns die Tage bei euer Toxic. Ciao. 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 Vielen Dank.